Hallo zusammen Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Collectors Video, in dem wir heute auf der Suche nach den zehnten Combo, Autograph und Relic Karts nochmal eine dieser Mega-Pack Boxen mit insgesamt 125 Karten aus der aktuellen Bundesliga Magitex 2023-24 Kollektion von TOPS öffnen wollen. Zum Produkt selbst wurde im ersten Video als diese Box vorgestellt wurde schon ausreichend gesagt, von daher gehen wir jetzt direkt rein und befreien mal unsere zehn enthaltenen Booster-Päckchen und das Extra-Pack aus dieser Box. Das hat sich ein bisschen darunter versteckt. Da dann unsere fünf limitierten Karten und gegebenenfalls eine der ganz besonderen, seltenen Karts drin. Aber zunächst wollen wir mit unseren zehn Booster-Päckchen starten und schauen, was TOPS uns in die Schönes reingepackt hat. So, das erste zerlegt sich direkt ein bisschen selbst und bringt uns als allererstes die Samba-Karte von Anthony Jung von Werder Bremen. Dann haben wir Philipp Hofmann, Ritsu Dohan, Samakala von Kiel, Schnellhardt, Jay Sung Lee von den Mainzern, Mats Hummels aus Dortmund, dann Patrick Pfeiffer, Robert Andrich. Als Special-Karten die Matchwinner-Karte von André Grammaritsch von Hoffenheim. Dann haben wir Ludwig Ajorg, Stürmer der Mainzer als Starspieler-Karte. Und darunter haben wir ihn direkt noch mal als Young-Karte, zu der wir dann vielleicht im Laufe dieses Unboxings auch noch ein passendes Gegenstück finden. So, ging doch schon ganz gut los mit drei Special-Karten im ersten Päckchen. Und weiter geht's mit Young von Stuttgart, Lünen von Werder Bremen, Kaufmann, Upamecano, Bülter, Kühlwetter, Joe Skelly. Dann drehen wir den Berg mal, sehen David Raum, Christian Jakic. Als Zweitliga-Matchwinner haben wir Robert Leipertz von Panamore im Päckchen. Und eine Heritage-Karte ist auch mit drin mit Marco Reus von der Borussia aus Dortmund. Und auch hier haben wir eine dritte Special-Karte im Päckchen mit Thomas Castanagas als Rohdiamanten-Karte vom VfB Stuttgart. Nächstes Päckchen mit einer Puzzle-Karte vom Puzzle-Bild von Seite 1 der Sammelmappe. Dann haben wir Niklas Füllkrug, hier noch bei Bremen, Niklas Wiemann, Kaminski, Zimmermann, dann ist Artik, Felix Klaus, Dio Lete, dann Marvin Schwebe vom 1. FC Köln, Amin Addi von Leverkusen. Das Wappen von Bayern München ist unsere erste Special-Karte. Dann kommt wieder eine Starspieler-Karte, diesmal Seu Gerasi vom VfB Stuttgart. Und hier dann diesmal nur zwei Special-Karten im Päckchen, nachdem wir bei den ersten Päckchen jeweils drei hatten. Das nächste bringt uns Danilo Swarisch vom VfB Bochum. Dann wieder ein Stück Puzzle-Karte. Niklas Stark, Kingsley Coman als Samba-Karte von den Bayern. Lukas Hölder, Robin Zentner, Karim Adiemi für Dortmund. Dann drehen wir wieder für den Oko Gama von Augsburg, Christoph Baumgartner, Lukas Radetzki, Marcel Hartl als Matchwinner vom Zweitliga-Top-Team aus St. Pauli. Und auch hier haben wir eine Heritage-Karte im Päckchen und die kommt von Bayern 04 Leverkusen und zeigt uns Jonathan Tah. So, wollen wir mal hoffen, dass das nicht einreißt mit den zwei Special-Karten im Päckchen. Drei haben wir da deutlich besser gefallen und weiter geht's mit Waldemar Anton von Stuttgart. Dann haben wir Rosbach von Rostock, Stück Puzzlekarte, Damar als Samba-Karte für die Hoffenheimer. Kevin Cesar, nächste Samba-Karte mit Alessand Plea, Tabakovic von der Hertha und da scheint das Samba-Karte-Päckchen zu sein. Sven Michel von Augsburg, Philipp Max, Timakan von Leipzig. Und dann sind wir bei unseren Special-Karten angekommen, die Matchwinner-Karte von Augsburg mit Arne Engels. Und darunter finden wir ebenfalls einen Augsburger als Starspieler mit mehrgebenem Birrischer. Dann haben wir Christian Gabor vom VfL Bochum, Amos Pieper, Wanyoman von Stuttgart, Leroy Sané für die Bayern, die Samba-Karte mit Thiago Thomas von Wolfsburg, Joannowitsch, Tom Kraus für Mainz, Niklas Süle, Lukas Klostermann, Daferner von Nürnberg und dann wieder ein Wappen, diesmal das von Erbila Zick. Und darunter die Starspieler-Karte des VfL Bochum mit Kevin Stöger. So, und das mit den zwei Special-Karten hat dann doch jetzt mehr Einzug erhalten, als ich gehofft hatte. Wir schauen uns das nächste Päckchen, Mitchell Weiser von Bremen. Dann haben wir Julian Green, Aydini, Johansson, ein Gravenberg, Pinzebaini, Manon Busch, Eric Mattel, Kosovo für Leverkusen, dann Zweitliga-Matchspieler-Karte von Braunschweig mit Anthony Uccia. Und die Starspieler-Karte des VfL Wolfsburg mit Lukas Metzscher. Und diesmal haben wir dann auch eine dritte Special-Karte wieder im Päckchen mit Belgio als Yin-Karte vom FC Augsburg. So, drei Päckchen haben wir noch, bevor es dann spannend wird und zum weißen Päckchen geht. Wir finden erneut Christian Gamboa von Bochum, dann Meffert für den HSV, Gondorf vom KSC, Daniel Kofi-Scheri für Freiburg, Justwan, Marvin Friedrich, Hauke Wahl für St. Pauli, Mario Götze als Samba-Karte, dann Iago für Augsburg, Matchwinner Simon Terotte von Schalke 04. Dann haben wir darunter wieder eine Heritage-Karte, die kommt diesmal von Mönchengladbach und zeigt uns Christoph Kramer. Und darunter haben wir eine der seltenen Spektrum-Karten mit Erik Martell vom 1. FC Köln. Das ist natürlich ein super Treffer, denn die meisten von euch werden es inzwischen wissen, diese Spektrum-Karten nur in jedem 16. Päckchen enthalten. Bei 10, die wir öffnen, das ist natürlich eine Sache, die man gerne mitnimmt. Und wir schauen mal, was unsere letzten beiden uns noch bringen. Zunächst geht es los mit Robin Fellhauer von Elbersberg. Und dann haben wir die Spektrum-Karten. Dann haben wir Anthony Lucia, Swanberg von Wolfsburg, Melem von Darmstadt, Stück offizieller Spielball als Puzzle-Karte, Kevin Behrens, Johnny Burkhardt, Palacios, James Lawrence, dann das Wappen des SV Darmstadt 98. Die Nick-Seritage-Karte, diesmal von der Frankfurter Eintracht und die zeigt uns Makotoa Sebe. Und hier haben wir auch wieder eine dritte Special-Karten-Päckchen, eine Roh-Diamanten-Karte und sogar eine Roh-Diamanten-Parallel. Denn ihr seht vermutlich hier die ganzen kleinen Tops-Logos im Hintergrund, die das eindeutige Zeichen für die unnummerierten Roh-Diamanten-Parallels sind. So, letztes ist unser 10-Päckchen mit 12 Karten. Und das beginnt mit Masowitsch vom VfL Bochum. Dann haben wir Christian Groß, Thomas Ischerwood, Grischa Prömmel, Dovedan, Anjos, die Samba-Karte mit Magut für den 1. FC Köln, Frimpong von Leverkusen, Ansgar Knauf, Matchwinner Julian Brandt von der Brusser aus Dortmund. Darunter finden wir nochmal eine Heritage-Karte mit Mattes Delict vom FC Bayern. Und ihr seht schon leuchten auch hier wieder eine dritte Special-Karten-Päckchen. Und das ist wieder eine Roh-Diamanten-Karte mit Kölnmür vom FC Augsburg. Und ihr seht, hier gibt es keine kleinen Tops-Logos im Hintergrund. Das ist dann also die Standard-Variante der Roh-Diamanten-Karten. So, und jetzt kommt der richtig spannende Teil an diesen Mega-Packs, nämlich dieses kleine weiße Zusatz-Päckchen. Und die Frage, treffen wir eine der seltenen Autograph-Kombo-Karts oder eine Relic-Karte? Oder haben wir, wie beim ersten Mega-Pack, wieder nur ein Filler im Päckchen? Los geht's aber zunächst mit unseren Limited Edition-Karts. Und die erste ist die LE21, die Bundesliga-Meisterschale. Dann haben wir Takuma Asano vom VfL Bochum. Das ist die LE3. Als nächstes Grisha Brümel von Hoffenheim als LE10. Dann haben wir noch Alphonso Davids im Päckchen, die LE-Nummer 16 für die Bayern. Und die zweite Bundesliga-Meisterschale. Und das ist die LE-Nummer 19. So, und jetzt wird's spannend. Ein Filler oder eine andere Karte. Und wir sehen können, reflektiert's da drunter ein bisschen. Das tun die Filler normalerweise nicht. Heißt also, wir haben offenbar irgendwas Besonderes getroffen. Ich bin sehr gespannt. Und die Karte ist von der TSG aus Hoffenheim. Und wir haben eine Relic-Karte mit einem Stückchen Trikot von Grisha Brümel, den wir eben schon als Limited Edition-Kart gesehen haben. Und das natürlich ein richtig toller Treffer, den wir da mit dieser Mega-Box gelandet haben. Ja, und diese Relic-Karten kann man auch nur in diesen Mega-Packs finden. Was natürlich der Grund für alle ist, die auf der Jagd nach diesen Combo-Autographs oder diesen Relic-Karten sind, vermehrt zu diesen Mega-Packs zu greifen. Schöner Nebeneffekt ist, dass man direkt auch fünf Limited Edition-Karts für seine Kollektion bekommt. So, dass man zumindest da ein bisschen weiterkommt. Wenn man in Bezug auf die Autograph- oder Relic-Karts, so wie im ersten Video zu diesem Mega-Pack zu sehen, mal kein Glück hat. Alles, was ihr noch ergänzen möchtet zu den gezogenen Karts und der Mega-Box im Allgemeinen, das könnt ihr natürlich jetzt noch unten ins Kommentarfeld packen. Natürlich auch, wenn ihr ebenfalls Glück hattet mit eurer Mega-Box, dann schreibt doch mal einen Kommentar dazu, welche Relic- oder Autograph-Kart ihr getroffen habt. Unter allen anderen, die ihr Mega-Pack noch vor sich haben, wünsche ich natürlich viel Glück beim Öffnen desselbigen. Zum Abschluss würde es mich natürlich freuen, wenn ihr noch ein Däumchen nach oben für dieses Video da lasst. Und wenn ihr hier bis jetzt noch nicht regelmäßig dabei seid, dann gönnt euch jetzt noch eins der kostenlosen Kanalabos. Wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.